Musik Hi, ich bin Risa. Hallo, ich bin die Evelyn. Hi, ich bin die Eric. Hi, ich bin Dennis. Komm, wir zeigen euch unsere Schule. Hey, komm, wir gehen in die 2B. Okay. Hallo, 2B. Hallo. Was macht ihr heute? Wir arbeiten heute in Zebraheft. Das Zebraheft macht ganz viel Spaß. Und was machst du? Ich lerne mit dem Mini-Max. Ah, ihr macht also Mathe-Mini-Max. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo Frau Bonsils, was machst du da? Hallo zusammen. Ich sitze gerade an der Einladung für die Schulkonferenz nächste Woche. Ah, cool. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass die Trommel AG wieder losgeht? Wirklich? Ja. Wenn ihr wollt, geht doch mal runter in den Keller und guckt mal oder hört mal, weil da wird gerade getrommelt. Cool. Okay. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß euch. Danke, Lott. Danke. Macht es Spaß? Ja. Wo ist eigentlich dein Erik? Den suchen wir, Lott. Was machst du, Jan-Erik? Ich spiele Fußball. Komm mit. Okay. Tschüss, Leute. Tschüss, Dennis. Hallo ihr drei. Na, Schule aus? Ja. Ja, prima. Wie lange geht die Villa heute? Wie immer bis viertelne Eins. Was weißt du doch? Und die OGS? Die OGS geht immer bis 16 oder 16. Okay, dann können wir noch ein bisschen spielen. Ja, viel Spaß noch. Danke. Ja. Und wann gibt es Essen? Da sagen wir euch gescheit. Und heute gibt es was Besonderes, Leckeres. Lasst euch überraschen. Yay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hier an unserer Schule können alle gemeinsam lernen. Egal, welche Stärken oder Schwächen sie haben. Jeder ist bei uns gekommen. Tschüss. Wir sind unser Team, da, wir sind ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann. Und wir suchen alle, wir sind unser Team, da, wir sind ein Mann. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018